Was sind Granatapfelkapseln? Granatapfelkapseln sind ein Nahrungsergänzungsmittel, das Extrakt von Granatäpfeln enthält. Den Produkten werden viele heilvolle Wirkungen nachgesagt. So sollen Granatapfelkapseln zum Beispiel gut bei Prostata und Brustkrebs sein. Herzkreislaufbeschwerden lindern und den Blutdruck senken. Welche Wirkung haben Granatapfelkapseln? Gleich vorneweg, bei allen aufgeführten Wirkungen handelt es sich nicht um eindeutige Studien. Die Wirkung von Granatapfelkapseln ist nicht unumstritten. Für wen eignen sich Granatapfelkapseln? Granatapfelkapseln eignen sich prinzipiell für jeden. Natürlich kommt es auch drauf an. Weshalb du die Kapseln einnehmen möchtest, wie ist die richtige Anwendung und Dosierung von Granatapfelkapseln? Wenn du Granatapfel zu dir nehmen möchtest, spielt die richtige Dosierung eine wichtige Rolle. Du kannst Granatapfel natürlich auf verschiedene Art und Weisen zu dir zu nehmen. In diesem Artikel geht es aber nur um die Kapseln. Wo kannst du Granatapfelkapseln kaufen? Granatapfelkapseln findest du am einfachsten online. Aber auch in Apotheken, Reformhäusern und sogar Drogerien wirst du von dich. Die Auswahl ist im Internet aber wohl am größten. Was kosten Granatapfelkapseln? Die Preisspanne von Granatapfelkapseln ist recht groß und reicht von 8 Euro bis ca. 50 Euro. Die meisten Produkte kosten allerdings zwischen 20 und 35 Euro. Welche Alternativen gibt es zu Granatapfelkapseln? Wenn du keine Kapseln zu dir nehmen möchtest, kannst du Granatapfel auch in anderer Art und Weise zu dir nehmen. Die natürlichste Form ist es natürlich, einfach einen Granatapfel im Supermarkt zu kaufen und die Frucht zu essen. Allerdings ist die Dosierung sehr gering, um auch wirklich positive Effekte zu erzielen. Welche Nebenwirkungen haben Granatapfelkapseln? Granatapfelkapseln sind in der Regel sehr gut verträglich. Es ist deshalb in den meisten Fällen nicht mit Risiken oder Nebenwirkungen zu rechnen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.